Die Lage im Nahen Osten bleibt weiter angespannt. In der Nacht hat die militant-islamistische Hezbollah-Miliz erneut Israel beschossen. Nach eigenen Angaben feuerte die vom Iran unterstützte Terrororganisation Dutzende Raketen vom Libanon aus ab. Laut israelischen Medien wurden viele Geschosse durch das Abwehrsystem Iron Dome abgefangen. Am Morgen sollen bei einem Luftangriff auf ein Flüchtlingscamp im Gazastreifen mindestens 4 Menschen getötet worden sein. Das von der Hamas-kontrollierte Gesundheitsministerium gab an, das Zeltlager habe sich rund um das Al-Aqsa-Krankenhaus befunden, wo Tausende Palästinenser Schutz suchten. Jörg Hoppendieck in Tel Aviv in Gaza soll es Tote gegeben haben nach Angriffen. Was wissen Sie darüber? Diese Angriffe zeigen einmal mehr, dass der Krieg im Gazastreifen, dass der weiterläuft, auch wenn der Fokus gerade woanders liegt. Der Fokus liegt nämlich auf dem erwarteten Vergeltungsschlag des Iran. Wir selber ausländische Journalisten, wir kommen nicht in den Gazastreifen. Das heißt, wir können diese Informationen nicht verifizieren, ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Das heißt, wir sind auf das angewiesen, was wir von den Kriegsparteien hören. Die Hamas berichtet eben von diesem Angriff auf das Krankenhaus. Und sie berichtet auch von einem Angriff auf eine Schule in Gaza-Stadt. Bei diesem Angriff, so sagt die Hamas, seien 17 Menschen getötet worden. Sie berichtet auch über Verletzte. Und die Menschen, die sich in dieser Schule aufgehalten haben sollen, das sollen Geflüchtete sein. Die Israelis sagen das Gegenteil. Die, das israelische Militär sagt, dass diese Schule in Gaza-Stadt, dass die als Kommandozentrale der Hamas genutzt wurde. Schauen wir nach Israel, der Norden Israels wurde erneut vom Libanon aus mit Raketen beschossen von der Hisbollah. Was hören Sie über diesen Angriff? Ja, das ist leider Alltag für die Menschen in dieser Grenzregion, für die Menschen im Norden Israels, aber auch für die Menschen im Süden des Libanon. Viele Zehntausende haben ja beispielsweise schon vor Monaten diese Region verlassen. Das ist ein alltäglicher Angriff. 30 Raketen wurden in der Nacht abgefeuert von der Hisbollah in Richtung Nordisrael. Das Groh konnte von der Luftabwehr Iron Dome zerstört werden. Andere, die nicht abgefangen wurden, sind auf freiem Feld niedergegangen. Schauen wir in die Großstadt. Wie haben Sie die Nacht erlebt? Wie angespannt ist die Situation bei Ihnen in Tel Aviv? Die Lage ist angespannt, aber ruhig. Ruhig, hier in Israel startet ja die neue Woche heute. Die Menschen gehen ganz normal zur Arbeit. Am Freitag und am Samstagabend, da hat man es dann aber schon gemerkt, es waren einfach deutlich weniger Menschen unterwegs. Es sind auch weniger Menschen aus Israel nach Tel Aviv gekommen, um das Wochenende beispielsweise in den Restaurants und Bars und hier am Strand zu verbringen. Grundsätzlich ist es aber so, dass es bislang keine Warnung des Zivilschutzes gibt. Darauf setzen die Israelis hier. Der warnt nämlich vor Gefahren. Mitte April war das bei dem Angriff aus dem Iran so. Da flogen ja in der Nacht vom 13. auf den 14. April 300 Raketen, Drohnen, Marschflugkörper in Richtung Israel. Und da gab es schon Stunden vorher Warnungen des Zivilschutzes. Deshalb ist die Lage zwar angespannt, aber ruhig. Nach dem Tod von Hamas-Anführer Haniyeh haben wir Iran und seine Verbündeten Vergeltungsangriffe angekündigt. Was wird da diskutiert? Wie könnten die aussehen und für wann werden diese befürchtet? Wann ist schwer zu sagen. Das kann in der kommenden Nacht losgehen. Das kann aber auch noch ein paar Tage dauern. Ich habe ja gerade gesprochen über diesen Angriff Mitte April. Dieser Vergeltungsangriff des Iran war ja eine Antwort auf einen israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Und Mitte April hatten sich die Iraner 13 Tage Zeit gelassen für diesen Vergeltungsanschlag. Das zeigt, es kann in der kommenden Nacht losgehen. Es kann aber eben auch noch ein paar Tage dauern. Was den Angriff selbst anbelangt, die Iraner und auch die Terrormiliz Hisbollah im Libanon haben sich geäußert, haben Vergeltung und Rache angedroht und haben in ihren Statements auch deutlich gemacht, dass sie nicht nur militärische Ziele werden angreifen, sondern eben auch zivile Ziele. Und der Iran wird eben bei diesem Angriff, davon ist auszugehen, den wird er nicht alleine durchführen, sondern er wird da auf die Achse des Widerstands setzen. Das ist die Hebollah, Hisbollah und das sind Milizen in Syrien, im Irak und auch die Houthis im Jemen. Und da auch noch mal in die Tiefe gegangen. Wie gewappnet ist denn Israel gegen so einen Angriff, der, was ja nahe liegt bei einem Racheakt, vermutlich schwerer ausfallen wird als bisheriger Raketenbeschuss? Ja, die Armee ist bereits seit Tagen in allerhöchster Alarmbereitschaft. Bereits genehmigte Urlaube, die wurden wieder gecancelt. Israel ist gerade dabei, ein militärisches Bündnis zu schmieden, was eben schon einmal zum Einsatz kam. Mitte April Großbritannien, die USA, Jordanien und Saudi-Arabien haben damals mitgeholfen, diese 300 Raketen, Drohnen- und Marschflugkörper abzuwehren. Und die Amerikaner beispielsweise, die haben neue, weitere Kampfschiffe und militärische Jets hier in die Region verlegt. Zum einen, um ihre Soldaten zu schützen, um aber eben auch Israel zu unterstützen bei einem möglichen Angriff, der ja dann möglicherweise eben auch nicht nur einen Tag lang dauert, sondern der könnte mehrere Tage erfolgen in sogenannten Wellen. Schauen wir auf die Struktur der Hamas. Nach der Ermordung des Hamas-Anführers Haniel will die Hamas ihre Führungsspritze neu strukturieren. Was weiß man über mögliche Nachfolger? Ja, die Informationen der Hamas, die sind da sehr dürr. Heute Morgen gab es ein Statement, man befindet sich in einem sogenannten, Zitat, Konsultationsprozess. Als neue Nummer 1 wird Khaled Meshal gehandelt. Der war schon einmal der Chef des Politbüros der Hamas. Das ist ein, ja, er gilt als mächtiger Strittenzieher, so mächtig, dass Israel schon einmal versucht hat, ihn auszuschalten. 1997 war das, und zwar wohl mit einer Giftspritze. Der Mann lag dann lange im Koma. Und der internationale Protest war so groß, dass Israel sich gezwungen sah, ein Gegengift an Jordanien zu liefern. Dort hat nämlich der Anschlag auf ihn stattgefunden. Und dann hat Khaled Meshal überlebt. Und jetzt könnte er eben die neue Nummer 1 der Hamas werden. Die Verhandlungen zum Geisel-Deal sind ja schwieriger nach der Ermordung. Herr Neyes, wie groß ist denn die Hoffnung, dass dieser überhaupt noch zustande kommt, dieser Deal? Die ist mittlerweile gering. Es gab am Wochenende wieder, das sind ja immer nur indirekte Verhandlungen. Also die Hamas und die Israelis setzen sich ja nicht an einen Tisch. Aber eine israelische Verhandlungsdelegation ist nach Ägypten gereist, ist aber unverrichteter Dinge wieder zurückgekehrt. Und von daher ist die Hoffnung gering. Dazu kommt, dass es wohl ein Disput, einen mächtigen Krach gibt. Darüber berichten die israelische Medien. Und zwar zwischen Premierminister Benjamin Netanyahu und seinem Verhandlungsteam. Dazu gehören ja beispielsweise die beiden Chefs des Inlands- und des Auslandsgeheimdienstes. Und da soll es wohl mächtig gekracht haben bei einer Sitzung Mitte der Woche schon über den Kurs im Hinblick auf die Geiselverhandlungen. Danke, Jörg Poppendieck, für diese umfassenden Informationen aus Tel Aviv. Tschüss. Vielen Dank.